Manchmal schießen Erinnerungen in deinen Kopf, landen dann in deinen Herzen und kullern schließlich als Tränen über dein Gesicht. Ich hab mal eine Frage. Das Ganze hat aber weniger mit Liebe, Selbstachtung oder Corona zu tun. Warum gehen wir eigentlich noch in Zoos? Ich meine, ein kleines Kind ist auch von Dinos begeistert, ohne jemals Dinos gesehen zu haben. Und meinem Sohn oder meiner Tochter das Bild zu vermitteln, dass Eisbären, Tiger und Co. in Deutschland auf 200 Quadratmeter glücklich leben, ist doch eigentlich falsch, oder nicht? Ich vermisse dich. Scheiße, denn ich lieb dich immer noch so sehr. Und ich werde für dich weiter kämpfen. Wunder geschehen jeden Tag. Und manchmal auch vor der eigenen Haustür. Aber weil man aufgehört hat, an sie zu glauben, öffnet man die Tür, blendet sie aus und läuft einfach drüber. Aber diese Ungläubigkeit hat uns blind werden lassen. Und selbst wenn sie einem förmlich ins Gesicht springen, ignorieren wir sie. So schwer es auch sein mag, aber wir müssen wieder anfangen, an sie zu glauben, damit wir sie erleben können. Du hast keine Ahnung, wie wichtig du mir bist. Wie sehr du mich zum Lachen bringst. Wie sehr ich es liebe, mit dir zu sprechen. Wie sehr ich dich an meiner Seite brauche. Danke, dass es dich gibt. Der Unterschied zwischen Selbstbewusstsein und Selbstüberschätzung ist ganz einfach. Selbstüberschätzung ist, du kommst in einen Raum rein voller Menschen, schaust dich um und glaubst, du könntest alles besser als diese Leute. Selbstbewusstsein ist, du gehst in diesen Raum rein und hast überhaupt nicht das Bedürfnis, dich mit irgendjemandem zu messen. Habt ihr auch manchmal das Gefühl, ihr habt eine schwere Last auf den Schultern? Egal, ob es im Alltag ist oder im Beruf oder in der Schule, ihr habt das Gefühl, Leute erwarten zu viel von euch. Dieser gesellschaftliche Druck, der auf euch lastet, das ist völlig normal. Man kann nicht jeden Tag glücklich sein, man kann nicht jeden Tag gut gelaunt sein. Es ist nur wichtig zu wissen, dass danach auch wieder gute Zeiten kommen. So gut wie alles im Leben ist eine Frage der Perspektive. Solltest du das nächste Mal ein Knöllchen bekommen, kannst du dich kurz darüber ärgern, das ist kein Problem. Aber der Fakt, dass du dieses Knöllchen begleichen kannst, ist doch eigentlich viel, viel wertvoller. Manche sagen, die Liebe tut weh. Aber das ist nicht wahr. Einsamkeit tut weh. Jemanden zu verlieren tut weh. Die Erinnerungen an einen geliebten Menschen oder ein Tier tun weh. Jeder verwechselt diese Dinge mit Liebe. Die Wahrheit ist, die Liebe ist die einzige Sache auf der Welt, die uns wieder aufhilft und uns wunderbar fühlen lässt. Jeder von uns hat ein oder mehrere Menschen im Leben, auf die er auf gar keinen Fall mehr verzichten möchte. Sag den Menschen das doch mal. Sag diesen Menschen doch einfach mal ein dickes Danke, dass sie immer für euch da sind. Manchmal weiß man nicht, was einen mehr verfolgt. Die Erinnerung an einen geliebten Menschen oder der glückliche Mensch, der man mal war. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, das Schwerste am Loslassen ist, zu akzeptieren, dass es der andere schon getan hat. Das Schlimme am Betrogenwerden ist, es kommt immer von den Menschen, von denen du es nicht erwartet hättest. Hoffnung kann eine starke Kraft sein. Vielleicht steckt darin keine wirkliche Magie. Aber wenn du weißt, worauf du hoffst, und es wie ein Licht in deinem Herzen behältst, kannst du Dinge geschehen lassen. Dann ist es fast wie Magie. Die Wahrheit ist, wir reifen nicht mit den Jahren. Sondern wir reifen mit dem Schmerz, den wir ertragen. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, der einzige Grund zurückzublicken, ist, um zu sehen, wie weit du schon gekommen bist. Wenn Menschen dich immer wieder mobben, betrachte sie wie Sandpapier. Sie mögen dich vielleicht ein bisschen kratzen und verletzen, aber am Ende bist du poliert und sie sind nutzlos. Jemand fragte mich mal, woran erkenne ich, dass mich jemand wirklich liebt? Und ich meinte, jemand, der dich wirklich liebt, akzeptiert deine Vergangenheit, unterstützt dich in der Gegenwart, und gibt dir Mut für die Zukunft. Die Wahrheit ist, positiv zu bleiben bedeutet nicht, dass man immer glücklich sein muss. Es bedeutet, dass man auch an schweren Tagen weiß, dass bessere Tage folgen. Die Wahrheit ist, Familienmitglieder können deine besten Freunde sein. Und deine besten Freunde, egal ob verwandt oder nicht, könnte deine Familie sein. Eine Schwester muss nicht immer gleich eine Blutsverwandte sein. Manchmal ist es auch die enge Freundin, die dich versteht, dich liebt und dir zu jedem Zeitpunkt den Rücken frei hält. Wir leben in einer verkehrten Welt, wo der Gute zum Psychologen gehen muss, um zu lernen, mit dem zurechtzukommen, was der Schlechte getan hat. Du stehst jeden Morgen auf. Du hast Phasen, an denen du manchmal das Gefühl hast, du würdest dir gerne das Leben nehmen, aber du machst einfach weiter. Du lässt dich nicht unterkriegen und egal wie viele Tage du in deinem Bett verbringst und das Gefühl hast, das war's, hier geht's nicht weiter. Du hast trotzdem weitergemacht. Halt dir das immer, immer wieder vor Augen. Das ist so unfassbar krass, was du da jeden Tag machst. Der größte Fehler in heutigen Beziehungen ist einfach die fehlende Dankbarkeit und dass man vieles für selbstverständlich nimmt. Es ist nicht selbstverständlich, dass du am Morgen neben deinem Partner aufwachen kannst. Es ist nicht selbstverständlich, dass er dir dein Frühstück macht. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass er dir in allem hilft, was du tust. Man sollte im Leben viel dankbarer sein für die Dinge, die für manche selbstverständlich sind. Das Problem in der heutigen Gesellschaft ist gar nicht, dass es diese Prinzessinnen und diese Prinzen nicht mehr gibt auf der Welt. Das Problem ist, dass die Leute an den falschen Orten danach suchen. Du wirst keinen Prinzen in der Shisha-Bar finden und du wirst auch keine Prinzessin in der Disco finden. Das ist einfach so. Unterschätze niemals, wie wichtig dieser eine Mensch in deinem Leben ist, der dich immer zum Lächeln bringen kann. Ich bin nicht sicher, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg ausgetragen wird. Aber im Vierten Weltkrieg werden sie mit Stöcken und Steinen kämpfen. Albert Einstein. Wenn Menschen dich verlassen, weil du gerade in einer Krise steckst oder große Probleme hast, dann sei froh, dass sie weg sind. Denn auf solche Menschen wirst du dich niemals verlassen können. Habt ihr eigentlich jemals eure beste Freundin oder euren besten Freund angeschaut und gedacht, wow, dieser Mensch hier, das ist mein Lieblingsmensch? Ein Gedanke. Eine Niederlage ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Sie ist ein Teil davon. Also mach weiter. Ich denke, ein guter Freund kennt alle deine Geschichten. Aber ein bester Freund schreibt sie mit dir zusammen. Der beste Ratschlag, den ich je erhalten habe, nimm keine Kritik von Leuten an, die du nicht von dir aus um Rat fragen würdest. Wenn du wirklich darüber nachdenkst, ein Mensch kann dich in zwei Monaten etwas fühlen lassen, was ein anderer Mensch in zwei Jahren nicht schafft. Zeit bedeutet gar nichts. Charakter schon. Entweder du sprichst es aus und riskierst alles zu zerstören oder du frisst es in dich rein und zerstörst dich selbst. Freunde verstehen das, was du sagst. Aber beste Freunde verstehen das, was du nicht sagst. Was ist ein bester Freund? Ich denke, ein bester Freund lässt nicht deine Probleme verschwinden. Aber ein bester Freund verschwindet nicht, wenn du dich deinen Problemen stellst. Was ist eine beste Freundin? Eine beste Freundin ist ein Mensch, der dir wieder aufhilft, bevor du selber weißt, dass du gefallen bist. Die Wahrheit ist, Glück ist kein Geschenk des Himmels, sondern das Ergebnis deiner inneren Einstellung. Denk immer darüber nach, wie schwer es ist, dich selbst zu ändern, bevor du von anderen verlangst, dass sie sich ändern. Ich sage immer, Familie ist wie ein Baum. Die Äste wachsen in verschiedene Richtungen. Sie sind unterschiedlich stark, unterschiedlich lang. Einige brechen ab und dafür kommen wieder neue hinzu. Aber im Stamm sind alle vereint. Und das ist es, was zählt. die Äste wachsen. Vielen Dank.